Herrlich, diese Ruhe. Hoppla, jetzt, ihr seid ja schon wieder da. Ach, an euch hab ich gar nicht gedacht, aber ihr seid ja da, ich hab euch ja mitgebracht. Hier ist er wieder, euer Gute Laune Boy, euer Andi mit der guten Laune. Und wo wir uns befinden, schaut doch einfach mal, die Natur pur, Freunde, ich nehm euch mit auf ein Erlebnis der besonderen Art. Schaut mal da hin, schaut mal da rüber, ist das nicht herrlich hier? Super schöne Landschaft, schön ruhig, wir befinden uns, die Lösung ist, auf einem Spielplatz. Und das komische ist, an der ganzen Sache, warum ich dieses Video hier drehe, ein Spielplatz mitten im Wald, da ist es doch für Kinder kalt. In diesem Sinne, sag ich, Servus, macht's es gut, bis zum nächsten Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Like da. Bis dann, ciao, macht's gut.